. . . . . . . . Tierische Choreo. . 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 Auf diesem Weg ein riesen Dankeschön für euren Support, für euren Zuspruch, für eure Wertschätzung, für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Anker und ich haben einen gar wundervollen Tag verbracht. Wir haben uns Avatar Teil 2 oder was habe ich vorhin gesagt? Schlimpfe unter Wasser Teil 2 haben wir uns angeguckt. Vielen Dank für euren Zuspruch und zu meiner Herz-OP, die am 10.03. stattfindet. Wenn ihr Studioanfragen habt, also einfach wie gewohnt. Bei mir. Ich mag es weiter. Ich mache es weiter. Anker hält die Stellung, produziert halt weiter, nimmt auf und arbeitet alles ab. Wie bis jetzt auch immer. Genau. Alright, bis dann. Tschüss!